Nach einer neurologischen Verletzung leiden viele Patienten unter reduzierten Arm- und Handfunktionen. Studien zeigen, dass eine intensive und motivierende Therapie die Grundlage für eine Genesung ist. Das Armeo-Therapie-Konzept von HOKUMA bietet eine klinisch wirksame Lösung für die Arm- und Handrehabilitation, für schwer bis leicht betroffene Patienten. Die Armeo-Geräte erlauben Patienten funktionelle Therapie mit hohen Wiederholungsraten, indem sie das Gewicht des Arms entlasten und Armbewegungen unterstützen. Die spielerischen und motivierenden Übungen können individuell an die motorischen und kognitiven Fähigkeiten des Patienten angepasst werden, um für diese zu jedem Zeitpunkt die optimale Herausforderung zu schaffen. Dank der einfachen Handhabung, dem schnellen Setup und der intuitiven Benutzerführung kann das Therapievolumen maximiert werden. Patienten können hierbei auch selbstständig und in Gruppensitzungen trainieren. HOKUMAs Armeo-Therapie-Konzept – Genesung zum Greifen nah.